Das Heute-Leben und von Morgen-Träumen. Damit beschreibt der holländische Liedermacher Arion Capelle ein Lebensgefühl, das er mit seiner neuen Single Ab heute sind wir frei transportieren möchte. Arion Capelle lässt sich nicht in eine Schublade packen. Als Liedermacher sucht er sich immer neue Themen, die ihn emotional berühren. Mit seinen Texten will er sein Publikum zum Lachen, zum Weinen oder zum Nachdenken und Diskutieren. Mit Einflüssen aus Pop, Schlager und Blues werden seine Texte von eingängigen Melodien getragen. Seine neue Single Ab heute sind wir frei erscheint am 13. August auf Sturm und Klang, welches bereits einige talentierte Liedermacherinnen und Liedermacher unterstützt und hinter dem mit Konstantin Wecker einer der bedeutendsten deutschen Liedermacher steht. Und Arion Capelle hofft, mit diesem Lied ein Stückchen Unbeschwertheit und Leichtigkeit nach der langen Zeit im Lockdown zurückbringen zu können. Im Song schwingt ein Gefühl der Freiheit mit, das uns mitreißt und dazu anregt, laut mitzusingen und uns vielleicht auch etwa neuen Mut wiederbringt. Und hier Arion Capelle mit Ab heute sind wir frei. Wer zwei, wer zwei, wer zwei, ab heute sind wir frei. Wer zwei, wer zwei, wer zwei. Nur du allein bist mein ganzes Glück. Wir beide blicken nicht zurück. Wir backen ein, wir haben das große Los. Wir fahren mit unserem Camper einfach los. Wir zwei, wir zwei, wir zwei, ab heute sind wir frei. Wir zwei, wir zwei. Du sitzt am Steuer und ich schau' dich an. Ich fühle mein Herz, wird so schön warm. Die Liebe und die Freiheit wieder zu spüren. Mit dir zu tanzen, ich kann es schon fühlen. Wir zwei, wir zwei. Ab heute sind wir frei. Ab heute sind wir frei. Wir zwei, wir zwei. Wir zwei, wir zwei, wir zwei. Wir zwei, wir zwei, wir zwei. Familie, Freunde wieder zu sehen. Die Grillern bei einem Lagefeuer. Du sitzt da, du riechst so gut. Wir zwei, wir zwei, wir zwei, wir zwei. Das macht mir guten Mut. Wir zwei, wir zwei. Wir zwei, 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 wir zwei Musik ist vielseitig. Wir spielen für dich den ganzen Tag 24 Stunden nonstop. Deine Lieblingsmusik.